WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir blicken zurück auf das Hinspiel der Champions League im Viertelfinale und blicken hinaus auf das kommende Bundesligaspiel und sogar noch ein Schrittchen weiter auf das Rückspiel in der Champions League. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Auf unserer Couch haben heute wieder zwei Gäste Platz genommen. Zum einen Chefredakteur von Radio 91.2, Matthias Scherf. Schön, dass du da bist. Premiere bei uns im Talk. Absolut. Bude Zeit, oder? Danke für die Einladung, Katja. Und Thomas Schulzke aus dem Ruhr-Nachrichten-BVB-Team. Auch schön, dass du da bist. Und wir beide feiern auch unsere Premiere zusammen. Wir saßen noch nie hier zusammen. Wir saßen noch nie zusammen. Ich habe immer nur mit Kevin hier zusammen. Und feiern wir auch noch mal eine Premiere. Wahnsinn, doch. Wir beide haben das Spiel gestern zusammengeschaut. Das heißt, ich weiß ungefähr, wie du es erlebt hast. Wie hast du das Spiel gestern geschaut? Ich habe es zu Hause verfolgt und habe natürlich dann zwischendurch bei uns reingehört, bei Radio 91.2. Wir übertragen die Spiele ja auch live. Hatten zwei Kommentatoren da. Und nach der ersten, nee, nach vier Minuten, nach vier Minuten habe ich gedacht, heute kriegen sie acht Stück. Das hast du schon nach vier Minuten gedacht. Also ich frage dich gleich noch, was du nach 30 Minuten gedacht hast. Also erster Eindruck vom Spiel gestern, das war katastrophal, oder? Das war unglaublich. Da hast du wieder gedacht, meine Güte, es war doch eigentlich alles klar. Sie wussten, es ist eine physisch starke und eine psychisch starke Mannschaft. Sie wussten, das ist eine Truppe, die nicht nur die feine Klinge schlägt, sondern die wirklich richtig drauf geht. Die gallig ist, die aggressiv ist, vor allen Dingen im eigenen Stadion. Laute Stadion, ein sehr spezieller Typ als Trainer und dann läufst du da auf. Das erinnerte mich so an das ein oder andere Auswärtsspiel in München und hat mich schon ein Stück weit echt verwundert, dass so ein bisschen so das Gefühl aufkam, wo ist die Lernkurve bei Borussia Dortmund. Wie hast du es empfunden? Ähnlich, also ich fand es echt besorgniserregend, vor allem die ersten 30, 35 Minuten. Da saß man echt mit offenem Mund schon vor dem Fernsehen und dachte, somit die erstes gesagt hat, es spielt alles das genau gerade auf dem Platz wieder, was Atletico wollte vor dem Spiel und was jeder von Atletico ja auch kennt. Die spielen genau diesen Fußball und man hat so viel Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten und trotzdem können die ihren Stil da komplett durchziehen, wie sie wollen. Dortmund ist nur hinterhergelaufen, war völlig verunsichert und dass es nur 0 zu 2 stand, das war eher glücklich für den BVB, weil Atletico das Spiel ja schon viel früher entscheiden können, auf 3-0 wegziehen können, vor der Halbzeit, auch nach der Halbzeit noch. Dann hat Dortmund sich ja zum Glück gefangen, aber trotzdem war es echt, ich war extrem erstaunt, wie der BVB da vor allem in der ersten Halbzeit aufgetreten ist. Man hatte ja auch fast das Gefühl, dass sie noch nicht mal Zeit hatten, den Ball überhaupt wegzuschlagen. Also selbst dafür gab es keine Luft, oder? Also da war... Nee, dazu kamen natürlich die individuellen Fehler. Also sprechen wir sicherlich gleich drüber. Einen Typen wie Kobel verzeiht diesen Fehler. Dafür hat der Mann in dieser Saison viel zu viel herausragende Leistungen auch gezeigt. Aber irgendwie, genau, hattest du das Gefühl, auch mit dieser Aktion eigentlich, Terzic setzte auf einen Matcher, anstelle von Brandt, aha, er will Körperlichkeit da reinbringen. Es kam aber keine Körperlichkeit. Ja, also es kam eher dann wirklich so dieses sehr distanzierte, reservierte, dieses zurückhaltende. Und jetzt Emre Can nach dem Spiel ganz gut auf den Punkt gebracht. Die haben uns aufgefressen. Und das war auch so wirklich das Gefühl, was man da hatte. Also die anderen waren top vorbereitet, Atletico, die sind draufgegangen, die haben alles mitgebracht. Und Borussia Dortmund hat sich unfassbar beeindrucken lassen. Ihr sprecht es ja gerade schon an. Also gerade dieses sehr deutliche Pressing, das konnte man ja erwarten. Und man weiß auch, glaube ich, mittlerweile, dass der BVB da nicht so richtig gut mit umgehen kann. Du sprichst es an. Matcher in der Startelf, also eine eher defensive Aufstellung, die Terzic da gewählt hat. Zur Halbzeit wurde dann gewechselt. Matcher raus, Brandt rein. Dann hat sich das Spiel dann doch deutlich verändert. Warum hat Terzic am Anfang auf diese defensive Aufstellung gesetzt? Was war so sein Gedanke dahinter? Sein Gedanke, also wie du gesagt hast, sie wollten physischer spielen. Matcher ist natürlich körperlich eine andere Figur, als es jetzt Brandt ist. Ich konnte den Grundgedanken auch verstehen, also von Terzic, der war nachzuvollziehen. Weil Matcher ja eigentlich, man muss wirklich sagen, eigentlich auch ein guter Fußballer ist. Körperlich gut, kann in die Zweikämpfe gehen, ist dieser Spieler, der auch eigentlich ein Spiel schnell machen kann. Aber wir reden hier leider nur von eigentlich, weil von all dem, was Terzic gestern von Matcher erhofft hat, konnte er einfach nicht erfüllen. Keinen Auftrag hat er erfüllt. Für mich war er der schlechteste Spieler auf dem Platz, wurde völlig zu Recht in der Halbzeit ausgewechselt. Er war einfach dieses Handicap in so einer wichtigen Position im Zentrum des Spiels. Er war eigentlich wie eine Art Pressing-Opfer da auf dem Platz. Er wusste gar nicht, was er machen sollte. Deswegen hatte Atletico überzahlt. Leichtes Spiel, konnten das Spiel in Dortmunds Hälfte verlagern. Das lag echt sehr an Matcher. Aber der Trainer hat ja zum Glück dann mal zeitig reagiert, was er sonst nicht macht. Aber in dem Fall muss man sagen, dass er es gut gemacht hat, dass er in der Halbzeit reagiert hat. Ich habe ja erst, als dann Can hinterher sagte, naja, ihr müsst auch bedenken, wir hatten viele Spieler dabei, für die ist es das erste Mal in der Champions League mit so einer Auswärtskulisse. Da habe ich erst überlegt, meine Güte, ist das denn wirklich so? Ein Sancho kennt sich da aus. Gut, Füllkrug hat international nicht so hoch gespielt. Aber ein Stück weit ist es so. Das kommt dazu. Also vielleicht war auch so ein... Der ist ein Nationalspieler, der spielt bei der EM. Dann muss man dem Füllkrug ja eigentlich zutrauen, dass er das ablegen kann, wenn er in so ein Stadion kommt. Richtig, richtig. Und vor allem die Jungs spielen doch im Dorf und im Signal Iduna-Fahr, wo eigentlich ähnliche Stimmung ja auch herrscht. Aber für dich, nicht gegen dich. Ja, für dich. Aber du wisst nicht, von der Lautstärke, Intensität. Richtig. Also mich hat das eher gewundert, diese Aussage. Ja, mich auch. Also sich selbst ein bisschen so klein zu reden, als wären wir die junge Mannschaft. Wir haben doch viele erfahrene Hummelsspiele damit. Absolut. Ein Kobel kennt das, ein Can kennt das, Sancho. Also konnte ich nicht so nachvollziehen. Das stimmt. Ihr habt gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ihr den grundsätzlichen Plan von Edin Terzic schon nachvollziehen könnt. Dennoch gibt es immer wieder Stimmen, die gerade diese Pläne, die Ideen von Edin Terzic in Frage stellen. Wie schätzt du aktuell seine Trainerleistung ein? Ist dieser Plan da? Er erreicht ja die Mannschaft anscheinend. Also in der Halbzeit hat er umgestellt, danach lief es besser. Also weg ist das Team ja nicht. Ne, weg ist das Team nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, also zwischendurch in der Saison hätte man ja eventuell glauben können, er erreicht die Mannschaft nicht. Und dann gab es dann doch immer mal wieder so diese positiven Ausschläge. Und wir haben ja immer in dieser gesamten Saison die Hoffnung, jetzt haben sie es begriffen. Jetzt haben sie es gerade begriffen. So wie da ja auch nach dem überraschenden Spiel beim FC Bayern München, der zugegebenermaßen in einer besonderen Situation ist. Also ich glaube schon, dass er da die richtigen Ideen im Kopf hat. Aber offenbar dann mit diesen Unkonzentriertheiten und mit diesen möglicherweise, ich will jetzt nicht von Mentalitätsdefiziten sprechen, aber er ist sicherlich auch von dieser psychischen Schwäche dann auch überrascht seiner Mannschaft. Also ich glaube, damit kann man es so ein Stück weit auf den Punkt bringen. Die Spiegel sind ja nicht absichtlich unkonzentriert, aber sie lassen sich halt unglaublich schnell beeindrucken und lassen sich den Schneid abkaufen. Und dann hat man so das Gefühl, dann kommen sie auch irgendwie komischerweise nicht da raus. Oder einige schaffen es dann nicht, den Schalter umzulegen. Füllkrug hat ja lange auf dem Platz verbracht und der hätte irgendwie gefühlt auch irgendwann mal ein Zeichen setzen können. Ich bin jemand, der ihn eigentlich für einen hervorragenden Stürmer hält, aber seine Leistung hat mich in den letzten Wochen auch eher negativ überrascht. Ich finde, was Terzic so nicht geschafft hat, ist einfach so eine Stabilität innerhalb des Teams zu bringen, dass man auch wirklich nicht eine gute Halbzeit spielt, die wieder hoffen lässt, dass eine Mannschaft mal auch über Wochen gut spielt. Dass man nicht 90 Minuten am Stück gut spielt, ist klar, aber 70, 75 Minuten mal ein richtig gutes Spiel und das über Wochen. Und das quält, glaube ich, auch so ein bisschen die BVB-Fans. Wie du es angesprochen hast, es gibt immer wieder Hoffnung und es gibt immer wieder wirklich Schläge. Ich glaube, dieses Spiel gestern ist das beste Spiegelbild für diese gesamte Saison. Man spielt eigentlich schlecht, macht noch das 1 zu 2 und die Hoffnung ist wieder da, plötzlich im Halbfinale zu stehen. Vor allem war ja auch noch Hoffnung sogar am Ende mit den zwei Lattentreffern. Also das hätte ja mit ein bisschen Glück auch unentschieden oder sogar eventuell noch ein Auswärtssieg sein können. Also es ist immer so, es ist ein paar Spiele schlecht und bevor es dann aber so richtig schlecht wird, kriegen sie dann irgendwie nochmal die Kurve und man hat das Gefühl, es geht. Jetzt haben sie es irgendwie begriffen und dann geht es wieder zurück. Dann kommst du in Halbzeit wie in Madrid. Ja, aber nichtsdestotrotz, das ist ja eigentlich dann der Fakt, ich bin trotzdem wiederum zuversichtlich, dass das nächste Woche was werden kann. So, also es wäre was anderes gewesen, haben auch die Kollegen von The Zone gestern gesagt, wenn du jetzt eine gute erste Halbzeit gespielt hättest und hättest dir möglicherweise in der zweiten Halbzeit den Schneid abkaufen lassen, gehst du eventuell mit einem deutlich negativeren Gefühl aus so einem Spiel, als wenn du dann doch nochmal zeigen konntest, aha, okay, wir haben nachjustiert, wir sind mutiger geworden, wir haben die schnellen Leute, wir haben unsere Chancen und wir sind in der Lage, da auch Tore zu erzielen. Also ich glaube, das kann ein richtig spannendes Fußballspiel werden nächste Woche und vielleicht wird es auch ein richtig, richtig starkes Fußballfest. Ja, dieses Tor war wirklich Gold, ne? Ja. Also dadurch, dass nicht mehr diese Auswärtstorarithmetik da greift, ist einfach so, gewinnt der BVB das Spiel, haben sie mindestens schon mal die Verlängerung. So ist es. Und sie haben das Heimspiel, sie haben die Zuschauer im Rücken, die zweite Halbzeit im Hinterkopf. Also es ist wirklich wieder realistisch. Nach 30 Minuten gestern hätten wir wahrscheinlich nicht gesagt, es ist realistisch, dass sie noch ins Halbfinale einziehen gegen Barcelona oder Paris. Und jetzt sitzen wir und sagen, es ist realistisch, weil sie in der zweiten Halbzeit einfach besser gespielt haben, das Tor geschossen haben und zu Hause nicht einfach, also gewinnen müssen. Es wird schwer genug gegen diese Mannschaft zu gewinnen, aber die sind in Spanien überhaupt nicht auswärts stark. Nein, nein. BVB, genau. Der Abstand zu Platz 5 ist nicht groß für Atletico, da liegt ja Dortmund gerade aktuell. Das sind ähnliche Teams, aber trotzdem, die Chance ist definitiv da. Für mich ist es immer noch eine 50-50-Chance, wenn er weiterkommt. Und vor allen Dingen siehst du eben, dass Terzic ja zumindest auch reagieren kann. Also dass er dann mit so einem Beinor Gittens, der ja auch in der Saison schwache Spiele hatte und deswegen zunächst einmal wieder zurückgestuft worden ist, so gefühlt. Gut, aber der hat für mich so die Bühne gestern geradezu gesucht, als er reinkam. Der hat sich gedacht, so Freunde, jetzt zeige ich euch mal auf dieser Bühne, was ich kann und war ein unglaublich belebender Faktor. Aber auch Sébastien Allaire, also dass er dieses Tor macht. Da war auch seine Bewegungsabläufe vorher, fand ich schon gut. Ja, also er kam auf den Platz und ich habe mir gedacht, das ist nicht mehr der Allaire wie vor dem Afrika Cup. So, der wirkt doch wieder fitter, der wirkt doch wieder schneller, der wirkt wieder energiegeladener und möglicherweise ist das jetzt auch an einem ganz wichtigen Punkt der Fall, dass er eine echte Alternative jetzt auch schon wieder fürs Sturmzentrum ist, auch möglicherweise fürs Rückspiel. Was glaubt ihr, wie geht der BVB ins Rückspiel? Welche Schlüsse kann er jetzt aus dem Hinspiel ziehen? Was glaubst du, was ist dein Gefühl? Du musst auf jeden Fall selbstbewusster reingehen und du musst, ich meine, gestern hatten Sau, wie viel Prozent Ballbesitz? Über 60? Ja, aber das war viel, viel Querpass. Ja, und du musst voller Engagement da reingehen als Heimspielmannschaft, dass du das Ding gewinnen willst, Punkt aus. Du musst da zuversichtlich und du musst mutig da reingehen. Also sich da irgendwie auf, nein, sie werden nicht auf, sie müssen das Spiel bestimmen. Aber ich finde, sie können mit einem positiven Gefühl reingehen nach dem Spiel gestern, obwohl sie das Spiel verloren haben, weil einfach die zweite Halbzeit war, die letzte Minute, die beiden Lattenbälle einfach noch, die hat man ja im Hinterkopf, wir können sie knacken, wir wissen, wie es geht und wir haben es am Ende des Spiels gezeigt, mit diesem Gefühl gehen die ins nächste Spiel. Atletico geht rein, oh, am Ende hatten wir echt ganz schön Probleme und haben Glück gehabt, dass wir am Ende noch gewonnen haben, obwohl der Sieg am Ende verdient war. Aus meiner Sicht, Atletico war über die 90 Minuten gesehen für mich die bessere Mannschaft, hätten das 3-0 machen müssen durch Lino, glaube ich, in der zweiten Halbzeit, als Kobel den überragend hält nach dem Freischuss. Der ist im Rückspiel nicht dabei, ne? Ja, genau, aber hilft dem BVB natürlich auch. Aber dieses Momentum spricht für den BVB. Absolut. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Mats Hummels zweimal in einem Champions-League-Spiegel nacheinander so verseift. Also das traue ich ihm eigentlich nicht zu. Eigentlich, das hatten wir vorhin auch schon mitmetscht. Bei Schlotterbeck, den ich auch für einen hochgradig talentierten Fußballer halte, da würde ich sagen, ja, schon eher, aber bei Gladiator Mats kann ich es mir nicht vorstellen, dass er noch einmal so unkonzentriert sein wird. Aber erstaunlich, dass auch so ein erfahrener Spieler plötzlich so schlotternde Beine bekommt. Er hat ja zwei große Fehler auch gestern gemacht. Einmal, den einen konnte er ja selbst ausbügeln, der andere führte zum Tor. Eigentlich super ungewöhnlich, aber passt ins Bild der gesamten Mannschaft, einfach der ersten 30, 35 Minuten. Du hast gerade schon angesprochen, 50-50 Chance fürs Weiterkommen. Jetzt würde ich ganz gerne, dass ihr euch festlegt. Kommt der BVB weiter? Der BVB kommt weiter. Es wird unglaublich spannend. Und vielleicht wird es, ich habe mich gestern irgendwie spontan, das braucht keiner, das will auch keiner, an Malaga erinnert. So an diese Dramatik, die wir dann irgendwie ja vor über zehn Jahren hatten mit so einem Schlussakkord. Aber du hast es gesagt, also ein einfacher Sieg, in Anführungszeichen, an 90 Minuten reicht für die Verlängerung. Ja. Also das sollte auf jeden Fall drin sein. Und man hat auch gestern gesehen, dass Atletico, die haben viel investiert in der ersten Halbzeit, und man hatte ja wirklich so das Gefühl, so spielen die jetzt noch fünf Minuten, zehn Minuten weiter, dann kassieren die den Ausgleich. Also die waren dann auch so gefühlt, die waren platt. Und da bin ich schon der festen Überzeugung, du hast die Heimkulisse, Atletico ist auswärts schwach. Der BVB, mal gucken, was mit Malen ist, aber rechtzeitig fit wird zum Beispiel, hat sicherlich da noch Optionen. Ich wünsche mir eigentlich keine Verlängerung, also gerne ein 2 zu 0 nach gefühlten 99 Minuten. Aber lasst uns ein Fußballfest feiern. Wie ist deine Einschätzung? Also vom Gefühl, würde ich sagen, ich gehe fest davon, dass es Verlängerung gibt, weil es einfach ein enges Spiel wird. Ich weiß nicht, ob man Atletico wirklich 2 0 oder 3 0 besiegt im eigenen Stadion, das wird super schwer. Sie zu besiegen ist möglich, das hat die zweite Halbzeit gezeigt. Also ich gehe wirklich vom Verlängerungsspiel aus, vielleicht geht es sogar in Elfmeter. Und als BVB-Berichterstatter, wir sympathisieren nicht mit dem BVB, aber wir würden natürlich gerne beim Halbfinale auch selbst dabei sein. Und deswegen wollen wir dann natürlich, dass der BVB nach Elfmeterschießen gewinnt, dass wir dann vielleicht am Ende nochmal in Paris sind oder in Barcelona sind oder bald in London sind. Gegen die Bayern? Gegen die Bayern, das hatten wir 2013, da hat der BVB ja nochmal was gut zu machen. Und deswegen, ich sage einfach, ein Sieg nach Elfmeterschießen. Also ich wünsche mir ein Reporterspiel. Also ich bin ja Radioreporter und das wäre natürlich eine Sensation. Also wenn du dann irgendwie, also Dramatik ist immer gut, so als Reporter. Es muss nicht immer ein absolutes Herzschlagding sein, aber ja, ich bin bei dir. Also es wird sicherlich ein dramatisches Spiel. Es wird keine, für keine der beiden Mannschaften wird das eine klare Nummer. Und dazwischen ist jetzt noch so ein Bundesligaspiel. Wie kann der BVB jetzt auf dieses Spiel gegen Borussia Mönchengladbach den Fokus legen? Also die Gladbacher irgendwie eine Wundertüte in der Saison, da kann irgendwie alles in jede Richtung passieren. Stehen so im Niemalsland so richtig abstiegsgefährdet sind sie nicht. Also wie kann dieser Fokus da kommen? Ja, und das ist ja auch wieder das Thema. Und der BVB auswärts, ich bin kein Statistikfreak, überhaupt nicht. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn du so denkst, naja, komm. Also das ist dann machbar. Und dann war der BVB in Wolfsburg und hat es nicht hingekriegt zum Beispiel. In München war jetzt mal eine klare Ausnahme. Also da bin ich echt mittlerweile ein Stück weit desillusioniert, was Borussia Dortmund angeht, vor solchen Spielen, dass ich gar nicht so richtig einschätzen kann. Raffen sie sich jetzt wirklich zusammen, haben sie die Energie, gucken die auf die Tabelle und wissen, meine Güte, Platz vier wäre schon wichtig, den zu erreichen. Das sollte man von einem Profi erwarten. Definitiv. Man sollte das erwarten müssen. An dieses Spiel ist ja halt auch nicht einfach so ein Spiel zwischendurch, sondern das ist ja auch extrem wichtig. Also diese Punkte sind super wichtig. Ja, ich stelle mal vor, Platz fünf reicht am Ende der Saison doch nicht und du trudelst auf Platz fünf ein. Was hat denn das für einen Dominoeffekt? Was ist dann mit der Mannschaft, mit dem Trainer, was ist mit möglichen Neuverpflichtungen und dem Etat etc. Da hängt unfassbar viel dran. Und ich habe manchmal so das Gefühl, das ist so der Truppe nicht so wirklich bewusst an der Stelle. Wichtigkeit des Spiels, im Endeffekt ist das Spiel gegen Gladbach nochmal viel wichtiger als dieses Spiel am Dienstag. Von den Emotionen her, für die Fans her, für die Stimmung. Träumen natürlich alle von Dramatik, Malaga, wie damals vielleicht, das auch gegen Athletik zu erlegen. Aber die müssen Platz vier sichern. Also es wird schwer, dass Deutschland diesen fünften Platz bekommt. Die Engländer haben noch drei Mannschaften, die zum Beispiel am Donnerstagabend spielen. Die können einfach noch mehr Punkte in dieser Wertung holen und Deutschland überholen am Ende. Deswegen, man muss den Gladbach gewinnen. Vor allem Leipzig spielt parallel, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es parallel ist, aber am Wochenende gegen Wolfsburg. Das wird wahrscheinlich auch ein Dreier für Leipzig. Dann kommt das direkte Duell noch. Also ein Patzer darf sich Dortmund gegen Gladbach eigentlich nicht erlauben. Nein, definitiv nicht. Der BV hat das schlechtere Torverhältnis gegenüber Leipzig. Danach kommt Leverkusen, vielleicht schon als Meister. Oder brauchen noch einen Punkt im Dortmund, um Meister zu werden. Die kommen betrunken. Aber sie haben ja bis Sonntag Zeit. Aber die spielen ja an diesem Wochenende. Die spielen sie auch Sonntag. Aber die spielen ja nur gegen Bremen. Und ich bin durchaus auch ein Werder Bremen-Sympathisant. Also nicht nur BVB, sondern auch Werder Bremen-Sympathisant. Aber die werden irgendwo gefühlt ins Nirgendwo geschossen von Bayer Leverkusen am kommenden Wochenende. Also Leverkusen wird Meister an diesem Wochenende. Da lege ich mich jetzt fest. Aber ich sehe es genauso wie du. Das ist so unglaublich wichtig, dass der BVB da die Hausaufgaben erledigt. Dann in Gladbach. Aber so ein bisschen fehlt mir die komplette Überzeugung, dass es bei allen angekommen ist an der Stelle. Vor allem, wenn man sich die Spiele der letzten Jahre in Gladbach anschaut. Ich habe mal geguckt. Also 2022-23 in Gladbach verloren. 2021-22 in Gladbach verloren. 2021 auch in Gladbach verloren. Also in der Liga. Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie jetzt mal wieder gewinnt. Das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, würde ich sagen. Ich denke schon, dass der BVB diese Gladbacher Mannschaft einfach schlagen muss. Qualitativ müsste der BVB besser sein. Und sie müssen ja diese Emotion, dieses Adrenalin, was sie jetzt noch mitnehmen aus Madrid, die positive Zeit haben, mitnehmen in die Bundesliga, um dann wieder mit breiter Brust in dieses Spiel reinzugehen. Was bringt einem die gute zweite Hälfte? Wenn man jetzt gegen Gladbach verliert, dann sind sie Fünfter, vielleicht drei Punkte hinter Leipzig. Die Stimmung ist wieder schlecht innerhalb des Teams und dann kommt dieses Spiel gegen Madrid. Also sie würden sich echt viel wegnehmen, wenn sie nicht am Wochenende gegen Gladbach gewinnen. Ja, du musst diesen Pegel halten. Du musst dieses Level halten. Aber dazu kommt dann eben dann manchmal so dieses Thema, er ist wieder Müdigkeit nach so einem schweren Spiel in Madrid, das hat Körner gekostet und du kannst es eben auch bei denen, die auf internationaler Bühne glänzen wollen, wahrscheinlich nicht so ganz aus dem Kopf bekommen, dass die Woche später das Rückspiel gegen Atletico ansteht. Also, ja. Ich glaube, Gladbach ist ein dankbarer Gegner am Wochenende. Glaube ich eigentlich auch. Weil die sind überhaupt nicht stabil in der Rückrunde, haben zwar jetzt mal zufällig, hat ja keiner mitgerechnet, dass sie plötzlich mal in Wolfsburg gewinnen, weil Gladbach spielt einfach keinen guten Fußball in der Rückserie. Man wundert sich dann immer noch, dass sie einen großen Abstand nach ganz unten haben, dass das reichen wird am Ende. Aber einen guten Fußball spielen die dann nicht. Das stimmt. Dann würde ich noch ganz kurz, du hast es vorhin schon angesprochen, auf Füllkrug zu sprechen kommen. Der hat ja gestern im Spiel keine bleibende Szene im Kopf hinterlassen, würde ich sagen. War wirklich sehr, sehr blass. Er hat aktuell elf Tore geschossen, damit aber immer noch der beste Torschütze aktuell bei Borussia Dortmund zusammen mit Mahlen. Was ist das gerade um ihn herum? Also es gibt ja wirklich ganz viel Kritik. Es wird vielleicht auch so ein bisschen schön geredet, dass er auch gar nicht so dafür da ist, unbedingt die so vielen Tore zu schießen. Er soll Räume machen, soll die anderen in Szene setzen, einen Bandenspieler darstellen. Wie sortierst du ihn da ein? Also ich war total glücklich, als er, ich habe ja gerade gesagt, ich sympathisiere durchaus mit Werner Bremen und deswegen habe ich seine Entwicklung in Bremen schon sehr intensiv verfolgt und habe so manchmal das Gefühl gehabt, da ist er eigentlich in der nationalen Betrachtung ein Stück weit zu schlecht weggekommen. Und hat es dann ja auch gesehen, als er Nationalspieler wurde, hat er sofort funktioniert, hat er wichtige Tore geschossen und hat auch in Bremen unglaublich viel aufgelegt. Man sieht, dass ein Dux ohne ihn kaum funktioniert in Bremen in dieser Saison. Insofern war ich davon überzeugt, dass das was werden kann. Aber vielleicht ist er auch ein Stück weit überspielt. Also diese Intensität, die er jetzt hat und er zieht ja durch. Also er ist Nationalspieler, er ist in allen Wettbewerben beim BVB dabei und im Prinzip gab es ja für ihn auch gar keinen Ersatz. Koko ist kein Ersatz für ihn. Ein anderer Mittelstürmer hatte Borussia Dortmund zuletzt in den vergangenen Wochen und Monaten nicht. Vielleicht ist es momentan ein Stück weit zu viel für ihn. und deswegen hat er eventuell aktuell die Formdelle, die man durchaus mal haben kann, aber zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Wie siehst du das? Ich sehe es schon, oder man kann schon die Qualitätsfrage stellen, glaube ich, gegenüber den anderen Top-Teams. Wenn man sieht, Bayern, Kane nehmen wir mal raus, ist ein Weltklassespieler, der kostet mehr als 100 Millionen, den kann sich gar keiner leisten. Da weiß man einfach, wenn man den holt, bekommt man seine Tore, dass er so gut einstellt jetzt mit mehr als 30 Toren. Wusste man vorher nicht. Aber dass er gut ist, weiß man einfach. Es hat Leipzig einen besseren Stürmer mit Openda. Bonnie Faes hat 10 Tore in, glaube ich, 11 oder 12 Spielen für Leverkusen erzielt. Fölkut 11 in 28 Spielen, davon 3,5 Meter, also 8 aus dem Spiel heraus. Und dann hat man auch Gerasi, der weit über 20 geschlossen hat. Da sieht man, die Teams, die um den BVB herum sind, haben alle einen Top-Torjäger, den der BVB am Ende jetzt nicht hat und den man einfach braucht auch in diesen engen Spielen. Und deswegen gehe ich mal fest davon aus, dass, weil Herr Lehr jetzt wieder gute Ansätze gezeigt hat, dass er einfach jetzt mal gegen Gladbach die Chance vom Beginn an bekommt, um zu zeigen, ist er besser drauf als Füllkrug. Beweist du das? Wird er auch gegen Atletico Madrid spielen? Würde ich sofort unterstreichen. Genauso würde ich auch agieren. Alea die Option geben, zu zeigen, pass mal auf, du bist fit. Du hast eigentlich ein total positives Erlebnis des Afrika Cups noch für dich verbuchen können, dann zwischendurch die blöde Verletzung wieder. Aber jetzt bist du wieder da und jetzt nimm es mit und zeig dir der Welt und den Fans, dass du genau der Richtige bist. Also das wünsche ich mir auch, dass er diese Chance bekommt und dann eben auch hoffentlich mit einem weiteren positiven Erlebnis dann mit dem BVB ins Rückspiel gegen Atletico gehen kann. Also ihr würdet Alea am Samstag aufstellen. Wie würdet ihr sonst ins Rennen gehen? Also jetzt gar nicht unbedingt, was die konkrete Aufstellung angeht, sondern von dieser berühmt-berüchtigten Spielidee. Wie sollte der BVB in Gladbach spielen? Der BVB ist Borussia Dortmund mit kompletter Überzeugung. Also von Anfang an nicht den Hauch eines Zweifels daran lassen, dass man auf einem ganz anderen Niveau unterwegs ist als Borussia Mönchengladbach. Also dominieren und ganz eigentlich, da sind wir beim Thema Professionalität, eigentlich mal ein klares Ausrufezeichen setzen. Was sie ja wenig gemacht haben bisher in der Saison mal. So wie es ja in der vergangenen Rückserie war. Da waren wir nochmal 4-0-5-1, da gab es einfach diese hohen Ergebnisse. Die gibt es einfach nicht. Das wird natürlich jetzt nochmal extrem helfen im Endspurt. Einmal um die Saison und einmal noch in der Champions League. Aber ich denke schon, dass es ein paar Wechsel geben wird. Es war wirklich ein anstrengendes Spiel. Das ist also nicht für den Körper, nur auch für die Füße. Es ist einfach da gespielt zu haben gestern. Also so ein Beino Gittens könnte spielen. Malen wäre gut, wenn er wieder zurückkäme und dann nochmal ein bisschen spielen würde und Spielpraxis bekommt vor dem Rückspiel, damit man eine neue Option hat, es aber noch unglaublich spielen kann. Also es wird ein paar Wechsel geben, aber ich würde mir einfach wünschen, dass auf jeden Fall Allaire die Chance vorne kriegt, um zu zeigen, wie gut er aktuell ist, ob er besser ist als Füllkrug. Weil Füllkrug aktuell vielleicht überspielt ist, vielleicht fehlt ein bisschen Qualität, man weiß es nicht. Fehlt auch beides. Ja, vielleicht fehlt beides und deswegen muss da Allaire im Sturm stehen. Wo schaust du das Spiel? Habe ich mir noch gar keine Gedanken. Ach okay, guck mal. Dann entlasse ich dich jetzt mit dieser Frage. Ich sage vielen Dank an Matthias Scherr, vielen Dank an Thomas Schulzke. Und unsere nächste Live-Sendung gibt es dann natürlich am Samstag vor dem Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Ich sage nochmal, danke an euch zwei, danke an euch fürs Zuschauen, bis demnächst. Ich sage euch, danke an euch zwei, danke an euch. Vielen Dank.